Oh Scheiße, vor uns außen ist Spinner, Spinner sauerlos. Vincent, Vincent, wache auf, wache auf. Ah. What the fuck? Ey Vincent. Wie viele Jahre habe ich geschlafen? Ich glaube 20. Guck mal, guck mal hier. Guck mal, was ist hier? Schau, was ist das? Eine rot-weiße Spinosaurus, Alter. Ein Teddybär. Ja, der ist rot. Wir sollen ihn. Mama. Sprühe nicht runter, was machst du? Ey, wenn du jetzt, wenn du der zu unserer Haus locken, ne? Bist du behindert? Der kick hat so eine Dinos. Bist du dumm? Oh mein Gott. Mach alle auf, wie heißt es? Neutral fastig. Wir wollen ihn doch tamed. Okay, ich bin tot. Der kommt ja hier hoch. Oh mein Gott, wir sind so tot. Schießen da an, welche Level ist der? Ey, der ist fast tot, der ist fast tot. Ja, komm. Einer ist tot. Para ist tot. Nein. Er ist tot, er ist tot. Er ist tot. Meine Dinosaurier ist gestorben, ernsthaft? Mir egal. Irgendjemand verreckt hier gerade. Wer? Oh. So, was man... Oh, Petri hat den gefressen, glaube ich. Oh nein, Para. Oh nein. Krieg dich, ich nehme alle dein Leder jetzt weg. Alter, halt dein Maul. Ja, Junge, warum? Alter, guck mal, da sind sogar Sachen noch für dich drin. Kannst du alle haben. Äh, in... Außer das Fleisch. Lass das drin. Nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Tut die alle wieder zusammen. Dann müssen wir jetzt einen neuen Parasaut für mich tamen. Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Junge Petri, du Mist, Geburt. Junge. Dreckshaustier, Alter, der hört einen Scheiß macht, der Däger, der macht gar nichts. Michael. Ey, nein. Die hauen alle ab, Däger. Warum hauen die alle ab? Guck mal. Guck mal, wo mein Drache ist. Ähm. Dein Drache, ja, genau. Guck mal nach oben. Ja, was ist nach oben? Was ist da oben? Oh my God, es ist deins. Ja. Ich weiß nicht, warum der da hochgebrannt. Junge. Ich glaube, wir können erst nur dein Dino holen, wenn wir dann jetzt meine Dino halt fliegen lassen. Wenn wir jetzt satteln haben dürfen. Wenschen. Ich hab, ähm, äh, als du eingeschlafen bist, hab ich hier unsere Boden hier schon mal. Ich hab das auf Stein gebaut. Ich seh so sicherer und besser. Oh. Riecht toll. Oh, wie viele Jahre hab ich geschlafen? Ja, ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich hab's nicht gezählt. Ich hab hier einen Bart. Ja, du hast ne Bart. Ich seh aus wie ein alter Sack. Du bist ein alter Sack. Ey. Wie seh ich denn eigentlich aus? Warte mal. Ich hab auch so ein Bart. Ich glaub, mein Bart ist noch länger als deins. Wollen wir mal eine Reise machen? Wollen wir irgendwie weiter ins Land gehen mal schauen? Wir wandern ja, ne? Letzte Episode haben wir doch gesagt, diese Episode machen wir, ähm, ne bisschen Bumsens mit dem Boot. Wo bist du? Beim Boot. Hey, guck mich mal an. Beim Rennauto. Oh, ich seh dich nicht. Ich bin hier oben in der Luft. Sollts mich so auch nicht zu sehen. Du hässliger Sack. Hier, hier, warte mal, warte mal. Ich geh jetzt über den Wasser, dann wirst du mich abholen. Du musst halt deine Richtung. Ich hab keinen Bootsführerschein. Hier, komm zu mir, ich lande genau auf dem Boot wie Tom Cruise. Genau im Lagerfeuer. Geh auf die Bank, das sieht stylischer aus. Okay, wir fahren, wir fahren hier runter, oder? In die Richtung runter. Äh, warte mal, ich muss kurz. Da, wo die Karte noch nicht, wo auf der Karte noch nichts ist. Wow, die Farbe kann schon voll Farbe aus. Ah, ja, das hab ich letztes, äh, wieso gesagt? Ja, lass da runter gehen, aber da gehen wir bald, halt langsam dann zu einem Wüste, glaub ich, eigentlich. Okay. Was machst du? Driften. Hä? Hä? Junge, was macht, Digga, bei mir fährt er voll schief? Ja, ich weiß. Nicht eigentlich. Oh, guck mal, da unten links ins Wasser. Guck mal. So. Wirst du da runter, ja? Nein, nein, das ist ein Megalodon. Lass mich nicht runter. Arschloch, Digga. Ich geh mal, ich erkunde mal kurz ein bisschen, ja? Ja, ich leide, ich nehme natürlich den Bogen mit, Seranodon und aber denke ich, ich mach n' Bett auf unsere Boot oder 2, bald, halt nicht jetzt, aber 2, werden wir machen. Okay. Nein, 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 geh aufs Boot, geh aufs Boot, geh aufs Boot. Ich muss aufs Boot, fahr weg, fahr weg, fahr 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 fahr. Komm, 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 komm. Oh mein Gott, komm, 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 komm. Oh mein Gott, komm, komm, komm. Nein, 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 nein. Soll ich die abschießen soll ich sie abschießen? Ja schließ die ab schliessen auf den Kopf Ja dann fahr nicht zu schnell, sonst flieg ich da runter Ich würde die abschießen du sollst du nicht so schnell fahren Fahr, 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 Fahr Oh my god, Oh my god, es tut es tut es tut bleibt 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 Ich hole ihn mir schon mal da hinten die sind man die erste und die Berge da ich weiß schon ich hoffe die Gälder wir brauchen die Ferne Fernglas Ferndro wir brauchen das und wenn du aufgefressen wird wird von der Schlange ja aber auch auf dem Boot kann kann können wir nicht angegriffen werden nein du nicht aber ich schon du bist du bist mir auch egal zum Glück haben wir in der Welt bitte geh nicht da rein geh nicht vor bitte geh nicht vor geh nicht vor das sind die Krokodil diese Krokodil was ist denn daran so schlimm oh du bist ein kleiner Bastard ey Winzer ich verreck jetzt ist nicht lustig du bist echt nicht lustig hilf mir ich komme ich komme ich komme ich verreck wirklich nein den kriegen wir ja ich habe ihn noch so bekommen ich bin tot gleich fahr du aber bitte lass einfach hier weg aber ist doch so schön nein wenn wir bessere Sachen haben können wir dann wieder hier kommen ey nein nein ich glitsch grad ich muss mich hinsetzen sonst glitsch ich durch die Bau und wie fühlt sich an wenn ihr die Bäume in die Fresse klatschen ganz schön scheiße oh fuck da komm mal rechts komm mal rechts komm mal rechts wollen wir da hinfahren nein auf jeden fall nicht wir gehen ausruhen bitte alter ich bin auch zu fressen ich habe Hunger lass mich umruhe aber wir haben noch ich mache schon mal was sie gemacht hat ich sterbe jetzt danke greift er dich an ja natürlich nein piranha scheiße digga piranjas haben nicht gefickt ich muss fünf minuten warten michael tschüss hahaha die vögel in meinen körper alter ich war jetzt beim bett ok jetzt wollen wir wir gehen jetzt wieder zurück wir mussten kämpfen oh nein ich höre den krokodil jetzt schon ich höre den krokodil jetzt schon nein oh gott aber ich meine das bist du hey nein es meins sachen ey du bist gestorben ja da ist doch ein krokodil digga scheiße das ist unter dem boot ja junge du kleiner masker oh my god ich bin gerade richtig weit weg geflogen kannst du zu unserem boot gehen ich bin gerade richtig weit weg geflogen nein ich bin wieder tot wegen dem piranha endlich haben wir unsere sachen wünschen das hat wirklich sehr lange gebraucht tausendmal gewicht und aber ja ich repare immer unsere bett und so warte mal die richtung oder soll ich waren ne bei hi dann lass weiter fahren hast du mir gerade beim pinkel so geschaut ähm vielleicht vielleicht auch nicht warum naja mir ist egal bin sie nicht so groß geh doch mal schlafen schau mal das ist ein schönes bett für dich genau da vorne wo alle wasser so schlafen 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 ich dachte du bist gerade runter gefallen da setze ich mich nie wieder an schlafen 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 mama hilf mich schlafen 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 ich habe einfach graue haare und rote augen schlafen ich sehe ich aus wie eine fehlgeburt digger das ist aufwäbeln dich selber zu reden die riest die ganze über den bart ok reden wir über diese strickstange äh ja wo du gerade deinen kopf oh mein oh mein oh sexy komm wir retten die armen dodos rette die dodos warte warte bleib stehen bleibt stehen ich rette den dodos ich rette ich kann doch stehen bleib doch stehen ich rette den kleinen schwulen dodos was ist da hab einen getötet komm wir müssen die ganzen benutzt du hast noch eine crossbow ich habe keine pfeile dafür oh guck mal was ist da ein tiloe echt hebt das mal auf ich nehme es mit ich nehme es mit oh ne das ei ist ja gar nicht level 35 wo sind die hä wo sind denn die ganzen dildos hin ich hab die also schon getötet alle ja alle drei digga wie wie viel hast du bitte gefickt digga zwei du hast einzustellen komm zerstört alter junge die brutale scheißwurst schon wir werden die dodo insel gerettet ja so klein als nächstes retten wir die japaner und dann die amerikaner also ich sag's mir so ein dodo schadet doch nicht wenn der eine einer weniger schadet nicht ich töte keine dodos du bist nur andere dodos lass uns abhauen lass uns abhauen ich komme nicht mehr rein lass mich fahren lass mich fahren lass mich fahren lass da weiter ey digga wir müssen unbedingt ein speedboat bauen digga das ist so lang ja aber speedboost noch erst ab level 80 oder so ne scheiß ich dachte so was gibt's gar nicht hä halt mit thaiboot zu sein das sein mit dem motor soll dann schneller sein ach so dann haben wir auch diese Worte verteidigen also ich hab nichts mit dem boot gemacht auf jeden fall aber siehst du dass es immer noch schwimmt ja aber auf dem strand aber so ganz auf dem strand jetzt strandparty nachts können wir das lagerfeuer an machen aber nicht jetzt junge ich verbrenne hier gerade sache naja schon wissen dass ich meine speed auf fünffache oder so gelevelter und vielleicht kann ich dann noch zu dir kommen aber nicht in diese richtung du bastard auch scheiße ich stehe vor dir soll nicht aber nicht in dieser richtung ja stimmt aber da kann ich nur gerade ausfahren das hätte auch unter uns ein mega loadern cox cox aber mega cox hä wo denn geschieht die gar nicht unter uns hä labern ist durchfall digga labern kein durchfall ich weiß nicht mal mehr wo unser haus ist wochen ist schwert oder pike schau mal her schau mal her ich hab ne bummerang schau mal her schau mal her schau mal her das kommt wieder her das verfolgt uns jetzt schafft es hä darf ich mal werfen ich bau dir noch ein warte mal wie werfe ich das überhaupt hast du dich anbekommen ne ja jetzt wirst du warten ok lass weitergehen ok lass weitergehen warte mal warte mal da war gerade Metall wollen wir kurz Metall fahren in der Kiste rein tun oder ist eigentlich egal ja 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 wir gehen dann packt das Auto hier ich sag jetzt schon Auto doch das ist Auto das heißt Rennauto Rennauto ja das sagt Rennauto nur für eine Grundeile ich geh mal Kiste oben warte ich bau eine Treppe oh ich bin so dumm alter wir brauchen keine Treppe hier ist doch ein Weg schon nein wegen Fortnite habe ich das aus Versehen gesagt was ist das das denn Boss halt was kann man da machen oh mein Gott schau mal wie viele Artefekt Artefekt wir brauchen für den Boss alter ich hab's gerade alles mit der Steinachse abgebaut komm her ich bin voll ja ich bin auch voll voller Sack pff schwortel alter alter junge Michael wo bist du bevor du zu mir kommst warte 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 noch nicht noch nicht ist egal äh fuck ich bin eh zu langsam ja ich glaube ich glaube ich glaube das ist genug für zwei Schwerter für uns aber okay jetzt kommst du mal mit mir hast du noch Gewicht frei gut ja ne nimm mal deine Axt und hau hier drauf hau hier drauf hier nicht da nicht da hier hau mal da drauf oh lass mich auch rein krass ne oh jetzt wow ich hab einfach grad ne Armbrust bekommen junge willst du wissen was ich bekommen hab alter ich hab ne Pike ja ich auch ich hab neun Sperre guck mal was ich hier in der Hand hab hast du ne Schwert nein oh du hast ne Schwert ich will auch ne Schwert he 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 willst du auch ne Schwert komm her ich bau dir eins Spaß nein hier guck mal was ich alles bekommen hab guck mal was ich hab noch bam ich hab noch zwei Bögen bekommen drei Bögen hab ich hier sogar vier Bögen Metallachs und ne Pike hab ich bekommen geil oder ja geil leger Luke ich benutze ich werde immer als erstes so ein Pike tue ich immer so hinten was was Lootbox 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 schnell holen schnell holen haha ich wusste dass du dann direkt aus dem Inventar gehst du bist süchtig nach denen ne ja wie nach Gummibärchen ja ja wo sind wir sind wir wir haben eine kleine Spritztor hä weil man wir waren schon mal hier wenn wir zum Beispiel diese Matt gespielt haben weiß noch ja 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 wo wir so zu dumm waren der eine hey Ding zu zählen ja hock dich doch hindurch ich war unser Haus hier doch wir waren doch unser Haus gewesen weiß noch was noch alten Zeiten ja ja kannst du bitte nicht an das Steinchen entlang ich bin wieder im Stein drin dann weißt du wie es sich anfühlt bei der Geburt auf den Kopf zu fallen was da fuck solltest du dort ne keine Ahnung du bist geistig behindert oder so ey 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 Junge wo wohnen wir überhaupt ich hab keine Ahnung alter scheiße guck mal da oben auf dem Berg da ist ne Burg oh oh lol lass da hingehen warte mal warte mal warte mal warte warte mal warte mal warte das wird nacht das wird nacht wollen wir nicht zwei bett machen und dann schlafen ach geht das ne ja dann mach mal mach mal aber ich glaub nicht dass es nach äh überschwung wird wird es ich weiß es nicht ich glaub nicht wir nehmen grad logik von andere Spiele in Art rein ich mach äh Stro und Holz ich platzier dein Bett nehmen und dein Bett dann gehen wir zusammen schlafen wie ja schwulen aber ja egal haha hast du nicht gesehen wie dein Bett heißt ne ähm normal Bett stinker du bist ein Wichser ja dann ich wünsche dir noch eine schöne nacht schlaf gut hab süße Träume ja ok dann schöne Nacht tschau bis nächstes bis zu bis 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 Bye.